Klaus-Jürgen Wusso war ein deutsch-österreichischer Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Klaus-Jürgen Wusso wurde 1929 im Pommerschen Kammin als einer von vier Söhnen eines Kantors und Lehrers geboren. Er hatte eine Iris-Heterokomie, also zwei unterschiedliche Augenfarben. Er stand schon als Schüler auf der Bühne des Städtebundtheaters im mecklenburgischen Waren. Wusso besuchte nach dem Kriegsdienst ab 1946 das Richard-Wussitlo-Gymnasium in Waren. Einer seiner Mitschüler war Heiner Müller. Wusso war insgesamt viermal verheiratet. Eine Tochter stammt aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Jolande Franz. Aus der Ehe mit der Schauspielerin Ida Krottendorf stammen zwei Kinder, Barbara und Alexander Wusso, beide ebenfalls Schauspieler. Sein Schwiegersohn ist der Schauspieler Albert Fortell. Der dritten Ehe mit der 26 Jahre jüngeren Journalistin Yvonne Viehöfer entstammt der 1993 geborene Benjamin Wusso, der heute als christlicher Missionar in Spanien lebt. Die Ehe wurde 2003 geschieden. 2004 heiratete Wusso Sabine Scholz, die Witwe des Boxers Bubi Scholz. Wusso war zuletzt hochverschuldet, nach Medienangaben mit bis zu drei Millionen Euro, und musste 2001 Privatinsolvenz anmelden. Der an Demenz leidende Klaus-Jürgen Wusso lebte ab Juli 2006 in einem Pflegeheim in Strausberg in Brandenburg. In den letzten Monaten seines Lebens musste er nach einem Kreislaufkollaps auf der Intensivstation des evangelischen Krankenhauses Rüdersdorf bei Berlin behandelt werden. Dort starb er am 19. Juni 2007 im Alter von 78 Jahren. Trotz einer testamentarischen Verfügung Wussovs aus dem Jahr 2000, neben seiner zweiten Frau Ida Krottendorf in Wiengrinzing beigesetzt zu werden, wurde der Schauspieler am 30. Juni 2007 nach einer Trauerfeier in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin auf dem Friedhof Herrstraße in Berlin-Westend beigesetzt. Die Predigt hielt, einem Wunsch Wussovs entsprechend, der Fernsehpfarrer Jürgen Fliege, der auch die Aussignung am Grab vornahm. Theater nach dem Debüt an der Volksbühne Schwerin waren weitere Stationen seiner Theaterkarriere unter anderem das Heppel-Theater und das Theater am Schiffbauerdamm in Berlin sowie die städtischen Bühnen in Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Zürich und München. Von 1964 bis 1986 war er Ensemble-Mitglied des Wiener Burgtheaters. Fernsehen in den 1960er spielte er in der ZDF-Produktion die fünfte Kolonne mit. In den 1970er Jahren wirkte Wusso vor allem als Darsteller in Fernsehserien mit, beispielsweise in der 26-teiligen Serie Der Kurier der Kaiserin. Er spielte auch in Sergeant Barry mit, verließ die Serie jedoch nach 13 Episoden und wurde später durch Harald Juncker ersetzt. Außerdem spielte er in der Serie Ringstraßenpalais mit. Einem breiten Publikum wurde Wusso durch seine Rolle als Professor Brinkmann in 70 Folgen der Fernsehserie Die Schwarzwaldklinik im ZDF bekannt. Wusso wurde eigens für die Dreharbeiten zur Schwarzwaldklinik von Klaus Peimann, dem damaligen Intendanten des Wiener Burgtheaters, beurlaubt. Aufgrund des enormen Erfolges der im Glottertal spielenden Krankenhausserie schied er 1986 nach letzten Theaterauftritten in Wien, aus dem Ensemble des Burgtheaters aus. Rund 28 Millionen Zuschauer pro Sendung verfolgten damals die Serie, die ihm eine sehr große Popularität sicherte. Da es sein ursprünglicher Berufswunsch war, Arzt zu werden, widmete er sich der Rolle des Professor Brinkmann mit besonderer Freude. Von 1996 bis 2003 spielte Wusso erneut eine Chefarztrolle in 23 Folgen der ARD-Reihe Klinik unter Palmen. Sprechrollen und sonstige Tätigkeiten neben der Schauspielerei machte sich Wusso auch einen Namen als Autor, Maler und Synchronsprecher. Wusso war auch an einer Reihe von Hörspielproduktionen beteiligt, beispielsweise 1957 als Peter Koslowski in dem Fünfteiler am Grünen Strand der Spree, der vom SWF unter der Regie von Gerd Westphal produziert wurde. Ehrungen Wusso wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland, der Ehrenstaatsbürgerschaft der Republik Österreich sowie einer österreichischen Ehrenprofessur ausgezeichnet. Weiterhin wurde er mit der goldenen Kamera und mit dem Fernsehpreis Bambi geehrt. Laut Angaben Wussofs in seinem Buch Professor Brinkmann und ich aus dem Jahr 1987 verschenkte er seinen Bambi noch am Abend der Verleihung.